Willkommen im Teilekanal, nun, ich wollte ein wenig über den Kenfield-Sensor sprechen, er wird auch als Absolut-Drucksensor oder Sorgre-Drucksensor bezeichnet. Da dieser Sensor dorthin gehört, in den meisten Fahrzeugen, was ist die Funktion davon? Sensor? Nun, im Grunde ist es den Druck der Luft in dem Ansorgkrümmer zu messen, dass die Luft, die dann zu den Zylindern passieren und den Druck zu wissen, dass die Luft, lassen sie sich sagen, es sendet. Die Informationen, die EQ und die EQ bereits wissen mit dieser Information, wie viel Kraftstoff für das Gemisch hinzugefügt werden muss. Wenn der Sensor schlecht ist, kann es natürlich passieren, dass das Auto nicht gut läuft. Dass es viel Kraftstoff verbraucht, es kann sogar gestoppt werden und vor allem Verlust von Energie. Wird auch in der Regel bemerkt, manchmal der Ausfall dieses Sensors wird mit dem Ausfall des Durchflussmessers verwirrt. Weil sie ähnliche Ausfälle zu neigen, wäre die Ideal diesen Sensor zu reinigen sein, bevor es zu ändern. Versuchen Sie es zu reinigen, da der Sensor ist empfindlich. Es wird durch die Feuchtigkeit und insbesondere den Schmutz, der sich im Ansorgkrümmer befinden kann, beeinflusst. Es sollte gereinigt werden und sie werden normalerweise mit einem Reiniger für elektrische Anschlüsse gereinigt, der keine Rückstände hinterlässt und Wasser entfernt, der Feuchtigkeit auf die Sensoren einwirkt. Dies normalerweise ist komplett gereinigt und hier sieht man das Loch. Hier muss man Flüssigkeit einfüllen, bis es sauber ist, durch dieses Loch. Nicht tun, nichts anderes als den Kontaktreiniger geben. Dies ist ein Muster, aber hier. Hier es sieht gut aus, wenn es dort gut aussieht. Sieht man den Dreck, das ist der Dreck und da dieser Sensor sauber sein muss. Um richtig zu funktionieren, wie gesagt, dort würde der Reiniger eingesetzt, er würde auch außen gereinigt, er würde so eingeführt. Ich sage durch die Düse dies ist die Reinigungsflüssigkeit, wie ich sage, eine Flüssigkeit, die für elektrische Verbinder gültig ist, weil es auch das Wasser und hinterlässt keine Rückstände verdrängt und dann eine sehr wichtige Sache ist es. Vor Platzierung trocknen zu lassen, lassen Sie es für ein paar Minuten, damit es trocken ist, und dann konnte es wieder platziert werden. Denn vielen Dank, dass Sie meinem Kanal folgen und nicht vergessen, zu liken und zu abonnieren. Das war's. 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 Vielen Dank.